Sieht gar nicht gut aus. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist noch ein Panzer. Na toll. Okay. Der steht aber auch nicht nahe genug an so einer Explosionskiste dran. Ne, der steht da direkt weiter hinten. Das ist ja doof. Ja, mein Gott. Wofür haben wir sie denn sonst? Ich hoffe ja, der steht da hinten mehr oder weniger an der... Öh, Wand dranne? Bist du... Hey? Das ist immer noch nicht tot. Ja, schieß doch zwei... Zwei nacheinander ist das gemein. Zwei nacheinander schießen ist ja total gemein. Aber ich glaube, ich kann mich auch ranschleißen. Dann haben wir ein bisschen weniger Ärger. Ich beachte mich gar nicht. Bin gar nicht da. Hier wird die ungünstigste Gelegenheit getroffen zu werden, weil da vorne ist eine explosive Kiste. Speichere ich das jetzt, kommen wir relativ sicher wieder zurück. Man sein muss ja bestimmt, ne? Wie muss das für den Panzer aussehen? Die Kiste geht mir auf den Sack hier vorne. Hm. Einfach mal hinrennen? Ja, oder? Ah Gott, jetzt haben wir auch noch andere Typen. Das kommt irgendwie so aus der Richtung hier. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sicht. Oh Gott. Das war mir so klar. Okay. Wie gesagt, optimal ist mir egal, aber... Aber wir können es trotzdem mit Style machen. Ja, so geht es im Krieg natürlich auch, ne? Das schaffst du eh nicht. Was mache ich jetzt mit dem? Der Durchbruch da drüben interessiert mich. Au. 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 Schade. Äh, ich glaube, ich muss den Tor doch loswerden. Also, jedenfalls... Irgendwie... Au. Ja, Rakete gegen Rakete. Bäh. Wir machen das doch von hinten weiter, nehm ich mal. Oh. Hallo. Hallo. Toll. Lass jetzt halt. Yes. Den können wir nehmen. Oh, legt noch Zeug rum. So. Energie jetzt auf 30%. Geht natürlich das große Ge-Loote los. Unter anderem haben wir hier noch eine Rakete. Haltestop. Würde ich mich gern mitnehmen. Und hier vorn liegt auch noch die Basis-Zeug rum. So, das waren die ganzen Explosiven-Küsten. No. Energie jetzt auf 45 Prozent. Energie jetzt auf 60 Prozent. Schön abgestaucht. Dann kann's auch schon weitergehen. Was ist denn hier noch? Das ist wichtig. Ich geh stark davon aus, dass wir nicht durch die Tür rufen können. Oh. Ich hab nichts gesagt. Hä? Ich hasse es, wenn sich weh gegabelt. Ich hab nichts gesagt. Da. Da. Das ist mir gerade ein Kumpel hochgebrochen. Toll. Ich hätte auch gerne geschossen gerade. Das war jetzt mehr als, mehr als unoptimal. Äh, da habe ich hier in der Ecke drin. Aber hier liegt ein Zeug rum, das ist okay. Bisschen Schwund ist immer. Yeah. So, kommen wir hier wieder hoch. Wir kommen hier wieder hoch, okay. Au. Aber, nee gut, ich dachte da wäre noch was gewesen. Also, dann wieder hoch. Äh, nicht durchs Tarnnetz bitte. Okay, hier geht's auch nicht hoch. Dann muss ich wohl direkt da drüben. Da hätten die Tür mir auch direkt entgegenkommen können. Naja. Manche Leute sind halt unhöflich. Die hocken hier bei uns mit Werf und Granat. Hallo. Sollt er gerne durch. Dankeschön. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich hätte die Öffnung hier überhaupt nicht für voll genommen. Hätten die da unten nicht gequatscht. Vorher. Auf denn nun also. Weiter geht's. Wir nutzen die Gelegenheit um zu speichern. Geht ja schon wieder. Mein, mein, mein. Schön sachlich bleiben. Hallo. Na toll. So, jetzt muss ich erstmal hier auch machen. Um hier wieder zuzumachen. Um zu laden. Um hier wieder auch zu. Ist das schön. Wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Oh Gott. Hier ist alles vermied. Hier ist zu. Was sind das für Geräusche? Und was war das gerade für ein Mann da? Oh Gott. Was ist denn hier los? Da sind Minen. Vielleicht ja, schießen. Oh, jetzt war zu weit. Ich wollte es mal testen. Dann regnet es jetzt. Ja toll. Äh. Okay. Die scheinen hier richtig Spaß zu haben. Die Kollegen. Häuser-Kampf mit Xen. Oh. Was ist denn hier los? Hier geht alles kaputt. Ich komme doch schon. Ich sterbe hier draußen. Au. Hilfe, bitte. Hilfe. Oh, oh, oh. Alter. Ernsthaft. Oh, ihr Spinner. Das ist gemein. Ich hoffe mal, ich habe mich erwischt. Da kamen auf jeden Fall ein paar Geräusche von wegen, äh, und so weiter. Ich glaube, der ist schon tot. Okay, da drüben sind wieder Minen. Und ich nehme an, hier geht's raus. Wo ist's? Au. Die Tür geht nicht off. Und hier sind Minen. Ich möchte mich daran erinnern, dass hier Minen sind. Ich möchte mich trotzdem hier mal ein bisschen umgucken. Uuh. Achso. Hier ist eine Tür und da geht's nicht rein. Das ist klar. Ich meine, ich weiß nicht, ob es hier was zum Umgucken gibt, aber ich bin halt neugierig. Ich glaube, das ist bloß die andere Seite von der Tür. Das ist die andere Seite vom Mienenfeld. Wer schießt denn da noch? Was ist mit den Texturen los? High Security Storage Facility. Okay, das ist leider zu. Das ist total gemein. Na gut. Nix zum Umgucken, also weiter geht's. Komme ich hier irgendwie hoch? Nö, ne? Sieht auch nicht danach aus. Immer schön den Hocksprung üben. Das ist auch ne Magnum? Glaub ich. Gut. Gibt's da noch hoch? Nicht. Ich denke immer, ich verpasse irgendwas hier an Secret irgendwas. Hier geht's gar nicht raus. Das ist aber schlecht. Äh, Minenwelt. Lohnt sich das da hinten? Warum gerätseln im Mienenfeld? Na gut, wir machen das übliche. 1 zu 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und... Na toll. Au. Da ist irgendwas Elektrisches. Ich seh's nicht ganz genau. Auf der anderen Seite. Hm. Also irgendwas scheint auf jeden Fall hinter dem Mienenfeld zu sein. Und da scheint mehr Mienenfeld zu sein, als ich denke. Ja, da ist der Turm. Okay. Ah gut, wir können ja hier oben lang. Jedenfalls ein Stückchen. Hier ist Gitter davor. Wir müssen... Wir müssen auf der anderen Seite lang. Und hier... Achso, hier ist was umgestürzt. Und da können wir auch hier aufs Dach hoch. Ist ja interessant. Sag ich das eigentlich oft. Das ist ja interessant. Ich hab da noch nicht so drauf geachtet. Also wir haben ja noch die ein oder andere Wurfmine. Ich glaub, die werde ich jetzt hier mal zum Einsatz bringen. Wir sind ja ganz gut bis da drüben gekommen. Lasst uns nichtsdestotrotz noch mal gucken. Also werfen mit links und dann zünden mit links. Okay. Warum auch immer, dass dann hier so Glasgedöns regnet. Okay, da ist die eine Mine, die uns vorhin erwischt hat. Und ich glaube, das war's jetzt hier auch mit den Minen. Und weil wir haben nämlich auch keine von diesen Dingern mehr da. Äh, Wurfminen. Wurf, Granaten, whatever. Also Granaten sind ja eh zu werfen. Die heißen... Au, au, au. Ah, Gott. Das war also vorhin nicht nur die Mine, die uns erwischt hat. Sondern auch so ein hinterhältiger... Hinterhältiges Sackgesicht oben in einem Scharfschützen-Nest. Also ist ja gar nicht... Ist ja nicht mal ein Scharfschützen-Nest. Au, der hat aber einen ganz schönen Winkel. Der hat ja einen ganz schönen Winkel. Da ist er. Ich werde trotzdem nochmal eine Granate hinterher schmeißen. Das Miese bei den Granaten ist, du hast dann plötzlich kein Zielvisier mehr und wisst nicht, wo die Mitte des Bildschirms ist. Au. Was für ein Glückstreffer. Ich hoffe, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Äh, kann man nicht überhaupt tun. Au. Warte mal. Ui. Ich glaube, er hat gerade meinen Granatenarm getroffen. Oder vielleicht auch mit Rakete. Das hat sich positiv angehört. Also zumindest für mich. Ja, jetzt ist er weg. Schön. Hat auch gar nicht viel Lebensenergie gekostet. Und nur eine Rakete. Hat er nachgeladen? Hat er nachgeladen. Okay, ich habe noch zwei Raketen. Okay, schön vorsichtig mit dem Strom hier. Okay, das ist intervallmäßig. Ja, okay. Da hinten ist doch noch eine Tür. Da würde ich gerne nochmal gucken. Nein. Alles klar. Oh. Der Strom erfasst auch den... Den Strommasten ist ja interessant. Da war es wieder. Ups. Ups. Oh, 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 oh. Oh. Es ist aber... Es kommt aber sehr plötzlich. Ja, direkt nochmal ein bisschen beobachten hier. Okay, es erfasst nicht den Sockel. Das heißt, wir können von hier aus lossprinten. Der macht das auch in unterschiedlichen Dingern. Jetzt kommt ein Dicker. Da ist ein Dünner. Jetzt wurde ich abgelenkt. Äh, da ist ein Dicker. Da war gar nichts. Jetzt kommt ein Dünner. Da ist ein Dicker. Danach kommt, glaube ich, relativ schnell ein Dünner. Ja, okay. Und nach dem müsste es jetzt eigentlich sicher sein. Oder auch nicht. Da kommt wieder der Dicke. Das ist ja frei. Ui. Au. Na gut. Wir wissen ein bisschen mehr jetzt. Da ist ein Dünner. Und das war's. Da ist ein Dicke. Dünner. Und jetzt kommen wir. Oder auch nicht. Das war immer noch zu früh. Fuck. Also. Dünn. Dick. Und dann kommt ein Dünner. Und der dauert ein bisschen. Und danach haben wir ein bisschen... Danach haben wir Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Däh. Oder ist der generell unter Strom? Weil jetzt war... Jetzt habe ich schon Schaden genommen, wo noch gar nichts zu sehen war. Oh. Wir gehen jetzt mal... Ne. Tatsache. Tatsache. Es ist egal. Es ist egal, ob das Ding... Ob da jetzt gerade ein Blitz ist oder nicht. Es ist ja furchtbar. Was machen wir denn damit? Äh. Gibt es hier Hinweise? Oh. Hier sind die Stromkästen. So wie es aussieht. Hi Voltage. Ist ja schön. Das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt. Kann ich irgendwas mit den Stromkästen da hinten machen? Oder... Muss ich über die Stromkästen rüber? Über die Fässer hier? Ah. Da kommen wir auch nie bis da hoch, ne? Hm. Warte mal. Nein. Da passiert überhaupt nichts. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Kann ich den sonst irgendwie noch vergriesgnadeln hier? Dass das irgendwie optimaler ist. Sieht nicht so aus, wa? Ich frage mich jetzt natürlich, wo ist denn hier Strom? Wo kommt denn hier der Strom her? Das ist doch ein eindeutiger Hinweis, dass ich da hoch muss. Ich habe hier aber auch keinen Schalter gesehen. Wäre ja doof, wenn hier irgendwo ein Schalter rumliegt. Steht. Hängt. Das ist voll komisch. Werde ich hier von dem Strom beeinflusst? Nein. Und ich gebe mir hier Mühe. Nein. Keine Reaktion. Okay, alles klar. Nein. Nein. Hm. Wer schießt hier noch? Warum ist da drüben... Stacheldraht? Und da oben. Kann man da hoch? Äh, wir haben ja ein bisschen Zeit. Jetzt. Hier kann man hoch. Das ist gut zu wissen, weil das werden wir jetzt da drüben in Anspruch nehmen. Zückt trotzdem mal irgendwas mit Reichweite hier. Wenn mich würde interessieren, gibt es hier was. Da gibt es irgendwie nicht viel. Aber wozu ist denn dann die Mauer da? Äh, hä? Ach so, hier sind noch Mieten. Entschuldigung. Huch. Gut, das war gespeichert dann. Also hier sind ja noch Mieten, aber hier gibt es ja auch nichts zu holen. Ne. Oh. Ich würde ja denken, man muss vielleicht den zweiten noch fällen. Aber wozu? Ne, bringt doch mal gar nichts. Hm. Hm, hm, hm. Hat das was zu sagen? Das Abflussrohr? Ich weiß es nicht. Das bringt absolut nichts. Hm. Okay. Toll. Ich geh mal hier hoch, obwohl es uns nichts nicht irgendwie weiterbringt. Ich komm da gar nicht hoch, weil ich nicht auf die Fässer hochkomme. Alles klar. Komm ich von hier aus hier hoch? Jetzt hab ich gerade irgendwas abgekriegt. Jetzt komm ich hier nicht mal mehr hoch. Oh je. Warte. Nein. Zu weit. Au, 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 au. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Mein Gott. Aber wir kommen ja auch nicht umsonst hier auf den Sockel hoch. Verstehe ich nicht. Wo kommt denn hier noch Strom her? Das kann ja nur von hier sein. Hm. Wollen die, sind die einfach bloß nicht Granaten fassen hier? Nö. Ach, guck er an. Ha. Okay. Äh, einfach nur durchhalten, draufschießen, so wie es aussieht. Dann nehmen wir jetzt aber nicht die Panzerfaust dafür. Darauf muss er erstmal kommen. Tja, darauf muss er erstmal kommen, ey. Irgend zweimal, ne. Okay. Sieht vielversprechend aus. Gott sei Dank haben wir den Typen hier mit seinem Scharfschützen-Nest schon ausgeräuchert. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ich hätte ja jetzt gedacht, wir müssen hier, wir müssen hier in die Mitte, in das Gebäude rein. Aber anscheinend nicht. Ventilator. Hier hinten qualmt's. Hier geht's doch noch rein. Hier geht's doch rein. Aber da geht's doch noch rüber. Hm. Schon wieder so eine Abzweigung. Nein. Geht's doch definitiv drüben rein. Wo ist das? Aber gibt's hier was? Nein. Hier gibt's nichts. Na, ist doch schön. Da ist aber nicht viel. Da ist es frech. Nein. Au. Okay. Schön. Dann wollen wir doch mal gucken, ob's hier was zu gucken gibt. Okay.